hallo und willkommen zu einer neuen folge fortnite mit mir den hero hallo willkommen heute leute ist eine sehr traurige folge ihr könnt abschalten es wird eine scheiß folge also pass auf leute ich erkläre euch das ding ich habe letzte woche angeteasert an der anfang der folge am freitag wer es nicht gesehen hat schaut einfach nach habe ich gesagt bei 20 likes darf meine freundin entscheiden in der folge was ich mache wie auch wenn ich schieße ob ich mich umbringen lassen muss oder das oder kiss aufmachen die stars ananas quasi sie darauf bestimmen was ich mache ohne widerrede aber ihr werdet viel meckern hören ihr wird mich viel viel mecker und hören auf jeden fall leute bei 20 likes werden wir es andersrum machen also liked das wird das das wird nur eine bessere folge umso doller sie hier macht umso doppelt dollar mache ich bei ihr doch leute gibt likes mindestens 20 oder wir machen noch auf zehn likes runter gut 20 ok leute ich hoffe euch geht es gut mir geht es auf jeden fall gut jedenfalls bis jetzt habe ich noch eine gute laune meine freundin geht es auf jeden fall gut ihr hört schon sie grinsen währenddessen sie redet korrekt weil ich mich schon freue und als ich weiß schon dass ich jetzt mein rückenteil schon mal ändern werde weil ich jetzt sehr viel hass kick schieben werde ok let's go leute wir sehen uns dann einfach in der runde erst mal eine kleine werbe unterbrechen leute und dann sehen wir uns eigentlich in der runde wieder ruhig anfangen werde zu meckern bis gleich es schaut auf jeden fall mal bei meinem partner instink gaming vorbei hier oben über den link oder hier unten in der video beschreibung über diesen link wir haben richtig krasse angebote das neue need for speed anbauen sorry wenn ich falsch ausspreche leute anbauen ist raus für 30 prozent auf das spiel hier nur 49 euro das ist richtig krass zum beispiel das spiderman mit morales ist drin fifa 23 es ist alles runtergesetzt hier 40 prozent 36 prozent zum beispiel habe ich mir das neue need for speed schon mal hier reingeholt damit ich mir sind auch holen kann leute also geht mal über meinen link in der video beschreibung darüber und kauft euch was in dem sinne das war's mit der werbung ok leute es geht los wir landen wo ok ok leute es wird es wird es wird eklig bei ihr seht wir haben eine kronen wir haben tatsächlich bevor wir die aufnahme gestaltet haben eine runde machen wir mal als aufwärmung so eine aufwärmung und egal haben einen epischen sieg geholt und meistens ist es so wenn wir dann keine aufnahme machen sind wir gut und wenn wir mit aufnahme machen verliehen wir die krone beziehungsweise sterben wir als 50 oder als 100 schon du gehst zum gelben haus leute ihr merkt schon es wird es wird eine folge auf die ich gar keine lust haben werde bevor ich mehr rede sie redet auch mehr das ist das einzigste gute an der ganzen folge leute bitte guckt euch die folge nicht an das erste was ich dazu sage guckt euch mal kein video von mir an aber dann können die keine likes geben dann kannst du mich nicht bestimmt doch 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 einfach liken voll und dann auch abschalten leute alles gut diesmal brauchen wir keine watch time alles gut guckt auch die werbung nicht das unterstützt sie bloß ich will die töten gehen nein ich muss aber ich habe eine waffe darf ich bitte nein das kommt hierher und töten uns dann sind wir tot komm mit komm mit ein tresor wo hast du schon wieder gold ausgegeben für letzte runde wo wir diesen eben bot da geholt hatten achso ich habe aber auch ein medikit mit kann ich das wegschmeißen nein und bin ich irgendwie haieautomat oder so ja du darfst niemanden abschießen würde eigentlich nicht erlaubt ich hoffe die töten dich ey ich seh den ich seh ihn ich seh ihn ich seh ihn darf ich bitte aber ich muss doch irgendwo ein dude sein weil sonst hätte ich nicht geschossen oder das fleischstück auf ich kann nicht ich habe dann tausch eine waffe aus nein das eine stück ein es ist so unfassbar leute ich baue mich jetzt ich baue mich jetzt weg hier mit kommen ich gehe jetzt ab von der insel komm mit du darfst doch nicht leute ich habe luft die kurs freudig und die wolfe ja ist sie auf komm schon ich habe keine waffe doch hallo beschütz mich ja wenn du weg rennst bist du dumm hab ihn gib mir ein medikit also es doch erstmal das fleisch das ergibt doch mehr sinn gib mir das medikit dann tu den spreng da auf ne noch was für kann ich helfen ich kann nicht helfen weiß was muss man es um raus doch kann nicht nur schnell auf den ethnologischen gasten worden jetzt werden so dank und woher schon geht unter tutti aber auch haben sie nicht erlaubt was macht ich freu ich bin schon volles jetzt worden ja ich Das ist wohl das Medikid hier vorne. Nee. Doch, hier ist ein Medikid. Hab ich geholt, da. Ich helf's wieder auf. Komm mit. Bei Gott, Leute. Schafft euch niemals eine Freundin an, bitte. Hier ist jemand. Abschießen. Kann ich nicht. Ich hab keine Munition. Wo ist der? Na hier. Da sind zwei! Oh Gott. Was? Okay. Ja, toll! Den hab ich runtergeschossen, die anderen. Ich darf das heute. Komm, nimm mal mit hier. Ein. Ja, das nehm ich mit. Hallo. Was denn? Was für ne Waffe hast du mitgenommen? Gar keine, ich hab hier Fleisch mitgenommen und Medikid. Hast du wirklich ne Waffe? Ja. Was für, was für Munition? Genau. Du darfst nicht einbauen. Warum nicht? Weil ich es sage. Und du bleibst unten. Ey. Bleib im Kreis. Nein. Du bleibst im Kreis. Nein. Sofort. Ich muss das erst hier fertig bauen. Nein. Ey. Was ist das toll? Hallo. Was denn? Habe ich dir das erlaubt? Ist egal. Hallo. Du musst auf mich hören. Ich muss gar nicht auf dich hören. Du gibst mir nicht mal Munition. Oh Leute. 239. Hallo. Ob ich das erlaubt? Also echt, Mann. Ey, ne Leute. Also, nimmts mit Humor. Ist wirklich nur Spaß. Auch wenn ich jetzt ein bisschen abgefuckt klinge. Weil, ich bin übelts schlecht ab. Bist du auch? Ja, ich kann nicht so schnell laufen. Ich kann dir leider nicht helfen jetzt. Ah, hab schon. Tut mir leid für dich. Ich bin da. Ich sprinte schon so schnell ich kann. Oh. Das freut mich. Auf jeden Fall was ich sagen wollte. Ähm. Ist alles nur abgesprochen hier. Auch hier so. Also keine Angst Leute. Ist alles nur Späßchen. Du. Du Mensch. Ey. Leute. Das macht mich so glücklich. Ich quitte das Game heute. Das ist die letzte Folge die ihr überhaupt vom Fortnite sehen werdet. Ich werde wieder mit Minecraft anfangen. Könnt euch sicher sein. Ich mag das Spiel nicht mehr. Merkt euch das. Ich loot erstmal die Kisten hier. Hallo. Was denn? Hab ich die nicht erlaubt? Junge. Das einzige was du die ganze Zeit redest ist, das hab ich nicht erlaubt. Kannst du was anderes sagen? Oh. Gib mir den Hammer. Ne brauche ich. Gib. Wenn ich 40 Meter von dir entfernt bin kannst du mich nicht mehr rumkommandieren. Natürlich kann ich das. Nein. Du hörst mich ja trotzdem. Ich hör dich nicht. Umso weiter ich weg bin. Umso weniger höre ich dich. Da ist der Hammer doch. Der läuft doch nicht vorbei. Hey. Hey du bist so ein Hans alter. Hallo ich hab abgeschossen Hilfe. Ja das ist Karma. Ich hoffe der trifft dich auch. Ich hoffe der trifft dich so. Oh mein Gott ist das verdient ey. Tötete Hilfe. Ja. Muss ich erstmal erwischen. Der ist gut. Der ist gut. Ich glaube. Ich glaube an dich. Ich nicht. Scheiße. Der Hammer mit. Und wiederbleib mich. Aber warte mal. Ich muss erstmal hier. Nein. Bist du ab? Beruhig dich. Beruhig dich. Wer ist jetzt am längeren Hebel? Ich muss schon nicht trotzdem. Nein. Warte mal. Ich muss erstmal hier. Ich hab's aufhextet. Und wiederbleib mich. Achso. Achso. Was ist denn hier los? Es ist. Es ist. Es ist. Oh nein. Da kommt jemand. Ist mir egal. Ich hab nämlich hier Schritte gesehen. Ich auch. Wahrscheinlich nimmt er das Gebiet da hinten ein hier. Ahne. Haben wir doch einen genommen oder? Bin voll. Ja. Hast du lange Munition oder so? Dankeschön. Reicht. 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 Oh. Tägliche Aufgabe fertig. Habe ich das erlaubt? Habe ich das erlaubt? Habe ich das erlaubt? Dann habe ich erlaubt, dass du dann wieder abgehst. No. Also ich hab hier... Das wollte ich jetzt aber nicht. Hä? Was denn? Hier war doch safe eigentlich. Ich hab doch die Schritte gesehen. Ich auch. Hast du Mates Spray-Dings? Was auch immer. Nein. Geht her. Ich hab das nicht. Geht her. Ich hab... Ich hab keins. Selbst wenn, kauf dir eins. Dann befindet ein Automaten, wo ich eins kaufen kann. Ich hab keins. Du suchst mir jetzt einen Automaten, wo ich eins kaufen kann. Ich hau jetzt ab hier, oder? Ich komm hinterher. Versuch's. Was? Was? Was war denn das für eine Handbewegung gerade? Ich weiß nicht. Als wäre das so richtig erschockt gewesen, dass du ihn auf einmal gewunden hast, oder so. Es ist da. Ich hab 3-4-3 noch 3 Schläge übrig. Oh, hier ist jemand! Und? Echt? Hab ihn. Ich glaub an dich. Boah, Junge. Hab ich doch gesagt, ich glaub an dich. Alter. Insgeheim hab ich nicht an dich geglaubt, aber ich glaube an... Ich weiß. Weil du bist... Egozentriker. Was? Egozentriker. Mach das Haus lieber mit kaputt. Wie mach... Das ergibt keinen Sinn, dass das Haus in Ruhe... Mach das Haus nicht kaputt. Geht doch. Leute. Ihr seht schon, was ihr macht. Was? Hält das Haus? Hallo? Es ist so geil. Was denn? Ich bin grad einfach auf dem Bett weitergeflöder. Ich hab mich selber nach vorne. Hier war... Tornado. Okay. Ja. Ehh... 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 Parcours. Genau. Habe ich das erlaubt? Ich fliege mit meinem MrBeast. Hangleiter. Hast du Luftikus? Ja. Da hast du richtig... Hallo, du warst wirklich. Da hast du richtig egoistisch gesagt. Schön für dich. Da steck doch ein, Mann. Pech. Jetzt höre ich dich nicht mehr auf. Tschüss. Du bleibst stehen. Boah. Habe ich das... Wie ich das gemeiß... Halt mich ab. Wir müssen mehr. Eigentlich sind wir schon direkt in der Mitte, ne? Ja. Ich würde ja kämpfen, aber irgendwie hab ich auch Bock auf den epischen Kronensieg. Wenn ich ehrlich bin. Aber Campen ist halt Bullshit. Oh, geil! Der Eis, Mann. Ich bin Eiswahl in Ruhe. Nicht schießen. Hi. Danke. Hey. Ich will auch Eis. Genau. Du darfst auch sagen. Danke für das Eis. Warum gibt es so viel Eis? Ich will auch. Dann nimm dir doch eins. Nein, der soll mir eins schmeißen. Nicht du. Da schmeckt es nicht. Reicht jetzt. Ich glaube, Gegner kommen. Oh, Junge. Das Eis, Alter. Wollen wir kämpfen gehen? Nein. Aber komm schon. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Ja, werden wir auch so. Wir können uns hier oben auch in das Haus verstecken, wenn du willst. Was für ein Haus? Na das hier. Warte, ich muss das Medikit einsammeln. Brauchst du nicht. Doch bitte, ich hab Medik jetzt. Ja, aber ich hab... Hallo. 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 Ich brauch meine Waffen wieder. Ich brauch die Waffe wieder. Ist doch. Da unten ist jemand bei der Tankstelle. Ich fahr weg. Ich fahr weg. Nee, ich fahr weg. Ich fahr weg. Ist das okay? Dann fahr ich hin. Du darfst kämpfen. Na, hä? Warum ist die... Hallo? Das ist ein Kroner! Wir haben schon da hinten. Töte sie! Ja. Oh Gott. Die sind zu krass für uns. Ich fahr weg. Ist noch. Warte. Ich hab einer. Also nicht fahr. Also passt. Ja, toll. Oh Gott. Glaub man nicht. Ich grad nicht. Wenn die mich töten, hab ich keine Krone mehr. Ja, ich weiß. Ist doch okay. Da kommen noch mehr. Ich wollt hierher. Ja. Ist okay. Hallo? Ja, ich muss hier achten. Gerade auf mich. Nimm sie. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat dir voll gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert. Wenn ihr euch aktiviert. Die Glocke, dass ihr kein Video verpasst. Schaut mal wie beschreibt. Das heißt, verlinkt in dem Sinne, Leute. Lasst ein Like da. Und macht jetzt 20 Likes voll. Und in dem Sinne. Bis morgen, Leute. Haut rein. Bis dann. Und tschau. Later.